Nachdenkseiten Die kritische Website ZDF zum D-Day Putin ist nicht gleich Hitler, aber… Ein Kommentar von Tobias Riegel Der aktuelle Festakt zum D-Day war ein großes Fest gegen die seriöse Geschichtsbetrachtung. Der Jahrestag der Landung alliierter Truppen in der Normandie wurde zum Anfang von Hitlers Ende hochstilisiert und es wurden absurde Parallelen zwischen Russland und Nazi-Deutschland angedeutet. Aus Sicht vieler deutscher Politiker und Journalisten ist das nur folgerichtig. Ohne die massive Verzerrung der Geschichte würde die ganze offizielle Darstellung des Ukraine-Kriegs augenblicklich zusammenbrechen. Die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung alliierter Truppen in der Normandie, dem sogenannten D-Day, wurden ohne Vertreter Russlands begangen und waren auf vielen Ebenen ein neuer Höhepunkt des Versuchs der massiven Umdeutung der Geschichte. Diesen Versuch betreiben momentan fast alle Politiker und fast alle Journalisten großer Medien in Deutschland. Hier herrscht offenbar eine weitgehende Übereinkunft darüber, dass die Geschichtsschreibung notfalls den Bedürfnissen der Propaganda der Gegenwart angepasst werden darf. Das ist auch notwendig, da die offizielle westliche Darstellung des Ukraine-Kriegs und die moralische Bewertung der Kriegsverlängerung bei einer seriösen Betrachtung der jüngeren Geschichte nicht überlebensfähig wären. Um diese jüngere Geschichte besser verzerren zu können im Sinne von Putin ist wie Hitler, wird auch versucht, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs massiv umzudeuten. Das geht so weit, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sogar den für den 8. Mai reservierten Begriff vom Tag der Befreiung bei den jetzigen Feiern indirekt auf den D-Day ummünste, wie Medien berichten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 als Tag der Befreiung für Frankreich, viele andere besetzte Länder Europas, aber auch für Deutschland gewürdigt. Das Datum markiere den Anfang vom Ende des menschenverachtenden Systems des Nationalsozialismus, von dessen Rassenwahn und Militarismus, von Vernichtungswillen und imperialistischen Fantasien, schrieb Scholz in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag für die französische Zeitung West de France. Zitat Ende. D-Day war nicht der Anfang von Hitlers Ende. Außerdem, die falsche Bezeichnung vom D-Day als Anfang von Hitlers Ende, wurde in den vergangenen Tagen neben Scholz von zahlreichen weiteren Politikern und Medien genutzt. Viele Wissenschaftler sehen das anders. So betonte etwa Historiker Peter Lieb laut Medien bereits beim 75. D-Day-Jubiläum, Zitat. Heutzutage wissen wir, der Krieg war schon vorher für die Deutschen verloren. Da waren Stalingrad und die hohen Verluste im Osten. Die Deutschen verloren an der Ostfront seit 1941 pro Tag 2000 Mann durch Tod, schwere Verwundungen oder Gefangenschaft. Zitat Ende. Wenn der Krieg 1944 für Deutschland bereits verloren war, gab es dann, neben dem Kampf gegen den Naziterror, weitere Motive für die Landung der Westalliierten zu diesem Zeitpunkt? Dazu sagte der Historiker laut Deutschlandfunk, Zitat. Der Historiker Peter Lieb schrieb die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 weniger eine militärische Bedeutung zu, dafür aber eine politische. Durch die militärische Operation sei verhindert worden, dass West- und Mitteleuropa in die Hände Stalins gefallen wären. Zitat Ende. Putin darf nie wieder in der zivilisierten Menschheit Aufnahme finden. Auch der Spiegel stützt aktuell, wie viele andere deutsche Medien, die überhöhende Interpretation des D-Days, wenn er etwas schreibt. Die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie machte den Weg für den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland frei. Zitat Ende. Die Reden bei dem Festakt in Frankreich waren erwartungsgemäß. Aber darum ist es nicht leichter zu ertragen, wenn etwa US-Präsident Joe Biden erklärt, die Menschen müssten sich auch heute fragen, ob sie sich gegen das Böse zur Wehr setzen wollten. Im Heute-Journal vom 6. Juni wird mit Vergleichen heißt nicht gleichsetzen prominent eine Äußerung des Historikers Heinrich August Winkler zu Hitler und Putin zitiert. Demnach kann man also durchaus angebliche Parallelen zwischen Hitler und Putin aufzeigen. Ich empfinde diese Position selbst bei Verzicht auf direkte Gleichsetzungen als eine massive Verharmlosung des Naziterrors. Die Frankfurter Rundschau fordert aktuell gar Putins ewige Verdammnis. Zitat. Dass Wladimir Putin heuer dort unerwünscht ist, ist korrekt. Der Mann, der aus eigener Kleingeistigkeit wieder Krieg über Europa gebracht hat, darf nie mehr wieder in der zivilisierten Menschheit Aufnahme finden. Zitat Ende. Zum von der Frankfurter Rundschau genutzten Stichwort Kleingeistigkeit? Ich finde, das trifft viel eher auf die französischen Organisatoren des Festaktes zu. Selbst wenn man der falschen westlichen Deutung über den Diktator Putin und die Gründe für den Ukraine-Krieg folgen würde, so wäre der russische Präsident, ebenso wie Joe Biden etc., bei einem solchen historischen Festakt ja nicht zuerst als aktuell aktiver Politiker vor Ort, sondern als symbolische Vertretung der damals kämpfenden Nationen. Eine Erinnerung an den monumentalen historischen Kampf gegen den Faschismus mit der aktuellen Geopolitik zu vermischen, das empfinde ich als kleingeistig. Wie gesagt, ich finde es unangemessen, den heutigen politischen Vertretern der damaligen Alliierten bei einem solchen historischen Festakt ihre aktuelle Politik vorzuwerfen. Dafür gibt es bessere Gelegenheiten. Allerdings, da es nun einmal gegenüber Russland so praktiziert wird, ist auch folgende Bemerkung erlaubt. Wenn man statt des russischen Präsidenten nun den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj einlädt, dann wäre doch folgende Information interessant. Selenskyj ist Vertreter eines Landes, in dem Anhänger des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera ganz offen ihren rechtsradikalen Kult ausleben dürfen. Eines Landes, das mit dem unsäglichen Andrei Melnyk sogar einen solchen offenen Bandera-Anhänger als Botschafter nach Deutschland geschickt hat. Wo waren damals eigentlich die Antifaschisten? Die jüdische Allgemeine schreibt zur offenen Verehrung von Rechtsradikalen und Nazi-Kollaboratoren in der heutigen Ukraine? Schließlich waren Bandera wie auch Schuchewitsch nicht nur rechtsradikale Antisemiten und Russen und Polenhasser, sondern auch NS-Kollaboratöre, die an verschiedenen Verbrechen mitgewirkt haben. In der Ukraine spielt diese Tatsache heute kaum eine Rolle. Im Gegenteil, dort werden Bandera und Schuchewitsch als erbitterte Gegner Russlands gewürdigt. Zitat Ende Lavrov zum D-Day. Falsche Geschichtsinterpretationen Den russischen Präsidenten hatte die französische Regierung laut Medienberichten unter Hinweis auf den Ukraine-Krieg ausdrücklich nicht eingeladen. Dennoch hätten französische Diplomaten einen Eklat nur mit Mühe verhindern können. Der Kreml sollte nach den Pariser Plänen ursprünglich zumindest einen Vertreter entsenden können, um Engagement und Opfer der sowjetischen Völker und ihren Beitrag zum Sieg von 1945 zu würdigen. Diese Geste habe in westlichen Regierungen aber auch für Verärgerung und für Misstrauen gesorgt, welche diplomatischen Brücken nach Moskau sich der französische Präsident damit wohl bauen wollte. Nach wochenlangem Ringen hinter den Kulissen habe der Élysée-Palast die Einladung an Moskau dann vollständig zurückgezogen, weil die Bedingungen nicht erfüllt gewesen seien. Die Russen sagten zur verweigerten Einladung zum diesjährigen Festakt in der Normandie, Die Teilnahme der russischen Delegation sei auch nicht geplant gewesen, kommentierte Kreml-Sprecher Dimitri Pesko am Freitag. Er erklärte, dass im nächsten Jahr der 80. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg begangen wird und die Vorbereitungen auf dieses Datum für Moskau Priorität hätten. Vor fünf Jahren hatte Außenminister Sergej Lavrov auf der Website des russischen Außenministeriums Folgendes zur Überhöhung des D-Day geschrieben. Zitat Ende. Propaganda wirkt Der Mythos von den US-amerikanischen Befreiern Durch Inszenierungen wie dem hier beschriebenen Festakt in der Normandie werden Mythen erzeugt, wie die Nachdenkseiten bereits zum 75. Jahrestag des D-Day geschrieben haben. Im Mai 1945 waren laut Umfragen noch 57% der Franzosen überzeugt, die Hauptlast beim Niederringen von Nazi-Deutschland hat die Sowjetunion getragen. Nur 20% der Befragten schlug diese Hauptleistung damals den USA zu. Im Jahr 2015 hatte sich dieses Verhältnis umgedreht. Nun dachten 54% der Befragten Franzosen, der deutsche Faschismus sei vor allem durch die USA besiegt worden. Nur noch 23% sahen die Leistungen und Opfer der Sowjetunion. Diese Entwicklung ist Ergebnis einer langfristigen Meinungsmache. Ein Mosaikstein dieser Propaganda war der aktuelle Festakt zum D-Day. Ein großes Fest gegen die seriöse Geschichtsbetrachtung. Aus Sicht der Initiatoren ist das nur folgerichtig. Ohne die massive Verzerrung der Geschichte würde die ganze offizielle Darstellung des Ukraine-Kriegs augenblicklich zusammenbrechen. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.